Was ist das günstigste Produkt, das man bei Apple kaufen kann? Apple ist bekannt, für alles sehr viel Geld zu verlangen. Dieser Mac Pro kostet zum Beispiel 60.000 Franken. Was? Nach einer anstrengenden Suche nach dem billigsten Produkt bei Apple habe ich einen Adapter gefunden? Warum sollte ich etwas kaufen, was ich gar nicht brauche? Nach einem Tag lag das Paket dann in meinem Briefkasten. Obwohl es das günstigste auf der Webseite war und nur ein Adapter ist, hat es trotzdem 10 Franken gekostet.